Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Der 31er ist am Start. Und mit mir ist... Ja, wegen Discord, Leute. Also möchtet ihr in unsere Discord-Gruppe kommen? Uh ja, dann wird's hammer. Und möchtet ihr mit mir in Brawl Stars oder so zocken? Musst ihr abonnieren und das... Ja, oder mit ihm müsst ihr zeigen, wie ihr... Euer... Euer... Unsere... Ich kann nicht mehr reden. Ähm, eure... Was? Äh, unsere... Ja, endlich. Ähm, unseren Kanal abonniert und ein Video von uns liked. Ähm, das müsst ihr... Ja, irgendwelche außer... Äh, keine Beleidigungen, bitte. Nee. Dass wir nicht Deutsch können. Weil wir sind nicht... Wir sind Ausländer! Ja. Und eurer Nick. Aber das... Dieses Video, dass, ähm, ihr... Unser Kanal abonniert, müsst ihr für uns auf Snapchat schicken. Und ich mach dann ein Video, wie ich hier auf Snapchat heiße. Und wenn ihr diese Video schickt, dann, ähm, äh, zeigt ihr... Muss ihr irgendwie zeigen den Datum. Dann müssen wir wissen, dass es kein Fake ist. Und dann können wir mit euch spielen. Also, jeden Tag wird ein Gewinner, den wir, ähm, auswählen mit Fake Cat. Nein, Spaß, mit, äh, Mr. Cat. Ja, also, dann gehen wir jetzt eine Runde. Weil ich hab eine, äh, Minute hier herumgesabbelt. Sabit? Sabit? Ich schneide... Ich schneide raus! Ja, Leute, wir sind jetzt wieder zurück. Ich hab nur kurz rausgeschnitten. Ja, und da haben wir halt nicht geredet. Und da hab ich noch El Primo und dazu noch... Nein, nein, push nicht, push nicht, push nicht. Komm, hier in der Mitte. Hier sind Boxes. Was? Ja! Ja, moin. Ey, aber wie... Nein, aber wie ist, Buhl stärker als El Primo und Nähkampf. Ich hab dir fast geholt. Nein! Nein! Das war so low! Schade, Leute. Ist egal. Manche, 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 manchmal, manchmal, manchmal. Oh, diese... Aber wie hast du so viel Geld fürs Kind, Alter? Das war so geil. 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 Leute, Hashtag Hashtag Penner in den Kommentaren. Penner. Ja, und wenn wir das schon machen können, werden wir ein Merch machen. Da steht Penner drauf. Und da ist Penny drauf. Ihr versteht schon den Witz, ne? Ich glaube von dir den Cube. Oh mein Gott. Ein und drei Pass auf! Er wurde geholt. Oh mein Gott, ihr habt das nicht gesehen. Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Oh mein Gott, das ist Standard-Skill in den Brawl Stars. Rübeck! Run! Er wird... Oh shit. Digga, die haben so viel Powercube! Oh wie. Schreien muss auch gelernt sein. Ja, das haben wir schon gesehen. Müsst ihr kurz Penny hochleveln. Oh mein Gott, du hast... Du hast grad so ge-lagged. Du hast grad so ge-lagged. Du hast mega ge-lagged. Komm! Nimm ein anderes. Ja, nimm Poco. Nein. Sorry Leute, bin ein bisschen erkältet, aber das habe ich schon am Anfang der anderen Video gesagt. Ich bin schon großen. Community. Ja, ich habe Barley. Wer möchte, wir können ihm helfen als... Also, äh, Dings, ähm, Supercell ID zu machen, in einem Video, wenn ihr das möchtet, können wir ein, ähm, Video machen, wie ihr Supercell ID machen sollt, ähm, und machen könnt. Und dann habt ihr auch diese, wie seid Barley. Und wenn ihr Anfänger seid, bekommt ihr dazu sogar noch, äh, Barley, wenn ihr ihn noch nicht habt. Ich bin schon raus und... Doch. Ja, vielleicht, aber... Achmed! Ich ne... Achmed? Achmed ist Achmed. Nein! Ja, ich hasse auch diesen Modus irgendwie, aber hier kann ich am besten mit, äh, Pan-Up spielen. Leute, ich wechsle jetzt die Namen von den Brawler, also ich verändere die Namen von den Brawlern. Pan-Up und Achmed ist Achmed. Achmed heißt er jetzt. Achmed heißt er jetzt. Ach, Bitt und Achmed. Achmed, halt doch gleich an. Du, kleiner... Achmed. Achmed. Góra, Stila, Bantin, Spenntin, 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 Spenntin. Achmed. 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 Ach, ich hab'n da! Leser hat. Ich hab ihn geholt. Komm, Victor! Du musst uns retten. Komm, Acht! Pass auf! Ich hab die noch gekillt. Nee, ich hab keine Zeit. Drei, zwei, eins, komm! Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Wie ihr seht, das hab ich auch schon im ersten Video gesagt. Ich weiß aber, ich heiße noch Fake TV. Ich sammel 60 Gems dafür. Oder vielleicht werd ich einfach Google Play Karte kaufen. Schell, Bo! Ja, aber wir spielen als Fußball. Welche soll ich nehmen? Nein, bitte, bitte, bitte. Ich hab keine Beleigerung, leider noch. Ah, ich bekomm... Oh mein Gott. Trophäen habe. Nein, ich brauch noch Coins, dann brauch ich Karten und dann hab ich Big Box. Okay, komm, lass Fußball. Aber ich, ich, ich möchte nicht den. Wen soll ich nehmen? Ich nehm dann ihn. Aber wir spielen Fußball. Okay, dann nehm ich... Soll ich ihn? Oh, soll ich... Soll ich call? Soll ich call? Oh, Leute, wie ich sehe, ist das Video seit 10 Minuten schon. Also, Leute, ich sag für euch Ciao. Der 31er war hier. Abonniert mich, liked und Glock aktivieren. Das gleiche bei Mr. Cat. Yo! Goodbye, motherfuck. Was?